In dieser Folge von Smallland... Oh, die Ant-Man hier. Ja. Ja. Was kriegt man denn jetzt aus dieser Rinde? Weiß ich nicht, hab ich da nicht gehört. So. Wie macht man die denn? Feuer, Stein, Pix-X. Ja, okay. Dafür brauchen wir auch das andere Ding noch. Dafür brauchen wir... Wir müssen halt hier zum Lager gehen und eine Schraube auf jeden Fall wollen, damit wir dieses Steinschleif-Ding bauen können. Hm. Oder die spawnt hier noch nach. Oder die spawnen nach, ja. Kann auch sein. Aber glaub ich nicht. Ja. Oh, jetzt glaube ich, es geht wieder her. Ja. Oh, okay, cool. Wow. Oh, oh. Piss dich. Hier, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab' jetzt noch mal hier. Ich hab' da so'n komische Schabert, das sind schweiß Gacken hier. Jetzt kommt die Schabe auf mich. Die wechseln sich ab. Aua. Oh, Inventar voll. Aber hier oben liegen noch keine Schrauben. Ah. Das dauert bestimmt ein bisschen. Ja. Bauen wir die beiden Betten hier ab, ne? Wieso? Bauen wir nicht mehr. Bauen wir jetzt unten da die beiden Betten. Achso. Die meinst du, ja. Ja. Auf den Holzbrettern. Ja, genau. Der Beste möchte mir jetzt die eine nicht anlegen, ne? Das bringt jetzt eh nichts, weil ich ja bin voll mit Stuff. Ich hier noch. Ja. Ja. Bauen wir gerade so einen fetten Käfer an. Ja. Und der fette Käfer hat gewonnen. Deswegen habe ich ja auch gegen diese eine Kakerlake noch bestanden. Ah, okay. Weil die Biene quasi, oder die Wespe die angegriffen hat. Hier ist auch noch dieses Geholzkass. Nice. Wir müssen ja eigentlich auch noch dieses Kleeblatt-Schlüssel-Ding finden. Ja, das ist immer lebensäglich. Aua, scheiße. Nein. Piss dich. Wo ist dieser Käfer hin? Wo bist du denn? Ach, da oben. Kannst du ja mal eine Foundation da oben bauen. Ruhig dich. Will ich ja. Wobei ich bezweifle, dass man das dann von dort aus anecken kann. Weil das leichten verschiedene Ankerpunkte sind, ne? Ja, aber das ist egal. Wir können eine zweite Ebene bauen. Es geht halt ein hoch. Ach so. Ach so. Was soll der zweite? Was soll ich mein? Hm. Fundament. Fundament kann ich hier platzieren. Fundament kann ich auf der Höhe hier platzieren. Wo war ja gerade ein Punkt da? Hier wäre ein Punkt. Direkt hinter mir. Siehst du das? Nein, ne? Oder vor mir. Vor mir lieber, oder? Ja. So? So ist gut. Mal gucken, wie weit du denn kommst. Das wird wahrscheinlich knapp nicht reichen. Mach schon Optimismus. Gibt's keine Unterstützung mehr anscheinend. Mhm. Kannst du nur eine Leiter bauen? Leicht? Mhm. Mhm. Wie viel Holz? Mal springen da rüber. Okay. Ähm. Treppe. Wie bauen wir das in ihrem dümmsten hier zu sein? Keine Strukturunterstützung. Kannst du von hier aus nicht so erbesterne Leiter hoch. Aber naja gut. Dann hast du auch keine. Wir müssen hier eigentlich in der Mitte so ein Fundament bis nach unten hinkriegen irgendwie. Ja. Die Kiste auch schon voll. Ich drehe ruhig. So. Was habe ich denn hier alles noch doppelt? 65 Flint. Aha. Wo ist meine Dirkbank hier hin? Kann man die eigentlich benennen oder so? Ne. Warte. Da sehe ich schon mal die Dirkbank wieder. Ja. Normalerweise müsste jetzt von unten Fundament und dann Fundament und dann Fundament und dann Fundament. Ja. Dann würde ich mich ganz fragen, wenn wir hier oben angekommen sind und die anderen alle abreißen, was dann mit dem Fundament ist. Also quasi fertig bauen und dann alle Fundamente abreißen. Ich hoffe mal das bricht da nicht zusammen. Ja. Oder die vorne am Ende stehen lassen sich das halt auch wie so ein Stützpfeiler. Ja. Ja. Kann man so eine Topfkranze aufbauen. Guck mal. So. Hm. So. Ja. Ja. Sind wir ja fast da. Ein Ding vielleicht für dich, ne? Hm. Ja. 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 Warte mal, können wir hier drüben besser bauen. Das ist n foh Ann к numa. Wir sind ja dran. Oder vielleicht als Aufgang. Hier da drüben. Da ist ja unten dieser, wo der Ast drauf liegt, der Stein und da drüben ist doch dieser Vorsprung. Da vielleicht einen Aufgang baut. Und hier nur die Base baut, quasi. Ja. Macht mehr Sinn. Ja, wir müssen die Base auch ein bisschen kleiner machen dann, weil ich kann nicht über den Baum gehen. Ja. Kann man das ja hier so als der Rasse, die beiden hier. Ja. Das wäre ruhig hier auflassen, kommt ja von hier aus keiner rein. Ich weiß nicht, wie das ist mit auflassen, wegen... Ja, oder ich mach da eine Tür rein oder so. So. So, ja. So, das ist ein Dach, ne? Machen wir noch eine Ebene oben drauf, wegen... Ja. Würde ich sagen. Genug strukturelle Unterstützung. Ja, ja. Hier kriegen wir ein Problem mit dem Dach. Hier will das nicht. Hier auch nicht. Hier wieder. Und hier geht auch. Die beiden kriege ich nicht zu. Dann machen wir das anders, dann machen wir das hier unten. Oh. Ja, doch. Äh. Machen wir die Balkon halt ein bisschen größer. Ja. Hier oben geht auch kein Dach. Was denn? Hier oben geht auch kein Dach. Ne. Krieg nicht an. Nicht genug strukturelle Unterstützung. Hm. Naja, sonst machen wir hier irgendwie so einen Aufstieg oder so, vielleicht. Ja. Ähm, ich kann hier noch den Boden rein setzen. Ja. So. Dann mach ich jetzt Rände. Dann mach mal das Fenster. So, die Werkbank abbauen. Können wir auch von hier aus den Aufgang hoch machen wollen. Würde auch gehen, ja. Wenn das, wenn das strukturell das zulässt. Ja. Das, ja. Hätte auch was. So. Ja. Hier was einfallen lassen. Ja, komisch. Würde das strukturell, wenn wir die Ecke wegnehmen müssen, ne? Ich hab hier irgendwas Fasern reingeschmissen. Ja, ich hab das jetzt schon ein bisschen sortiert. Ich hab ein paar rausgenommen. Ich hab hier echt ein Problem mit Bauen, ey. Dokturelle Unterstützung. Passt irgendwie nicht, ey. Kostet so ein Fundament, wenn man das baut. Ups. Drei Holz und ein Faser. Okay, dann werde ich jetzt nach unten gehen und versuchen, von unten nach oben 800 Fundamenten zu bauen. Vielleicht kann ich mich hier hochbauen. Fundament auf Fundament, weißt du? Hm. Soll ich vielleicht irgendwo einen Punkt kriegen. Oh, ich muss das essen, ey. Kannst auf jeden Fall tanken, diesen neuen Gecko, aber ich weiß nicht, mit was. Ja. Das sah mich auch noch nicht raus. Der Käfer, alter. Scheiße. Ja, voll flickig. Hm. Hm. Ja, hier so, wo du bauen willst, ist auch noch ein dicker. Dicker, zwei dicke. Gecko ist hier auch noch. Ja, da so ungefähr. Ich werde jetzt durch zwei hinein gerolten. Gecko kommt. Na, der kriegt mir jemanden. Doch, gerade wieder wohl. Mit seiner Zunge, ja. Aua. Aua. Ja. Stinkt, ne, kommt, kommt. Wieso kommst du hier hoch, Gecko, Alter? Die kommen überall hoch, glaube ich. Nichts, nein, ja, ja. Boah, getroffen mit dem Pfeil, Alter. Wieder getroffen. Nice. Da musst du mitkommen, Alter. Das ist zu viel alleine. Ja. Der kommt jetzt auch um die Ecke. Geschossen. Der ist genau jetzt da, wo du bist. Na, jetzt dreht er wieder ab. Na, jetzt ist er wieder hier unten. In der Höhle. Na, ich komm mal mit. Du bist hungrig und durstig. Isst mal was, Mignon. Äh, meine Käferwurst. Gute Wurst. Ach, ich bin fast runtergefahren, ey. Mach doch so'n Scheiß, Micha. Da ist er fast in die Hose gegangen. Mach doch nicht so'n Scheiß. Mal ein bisschen was essen hier. Ameise am Spieß. So. Ingekvore, oder? No. Oh, ich bin so kurz. Easy. So, dann müssen wir hier direkt holen. Hä, hab ich nicht einen Feuersteinbeil? Ne, hab ich nicht. Oh, da kommt der nächste Ganko, glaub ich. Vorsicht. Ok, wie krieg ich jetzt das Fundament da drauf noch? Unten? Ne. Kann da, ich kann nur gerade wo, jetzt mal nicht oben drauf. Wenn du springst und... Ne, hab ich schon probiert, krieg ich nicht. Der dockt nicht eben drauf an, wenn ich jetzt so baue, dann springt der andere Leben. Oder wir müssten oben vom Ast aus irgendwie rüber bauen. Guck, vielleicht vom Ast da oben. Schleicht, schleicht nur noch keinen. Ne. Ne. Ist halt die Sache, wenn man jetzt hier eventuell ein, unten ein Fundament baut, ob das für oben mit zählt. Ich kann noch mal eins in den Raum oder mal gucken wir mal. Vielleicht zählt das ja, ich weiß das nicht. Oh, 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 okay, guck, 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 guck. Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh. Untertitelung im Auftrag des WDR Da hast du mich einfach so hochbauen können, ey. Das man nicht nur einen Ankerpunkt brauchen, dann kann man so weit bauen, wie man möchte, so halt, weißt du? Ja. Das ist echt wenig, ja. Das wäre witzig. Ja. Aber gut, ja. Das ist schon witzig auch mit der Dings-Uterwinder-Erkampen. Ja. Das ist nur die Ant-Man hier, ey. Ja. Ne, geht nicht. Hier geht, aber hier diese Ecke hier, die geht nicht. Und hier ist auch Feierabend bei der Wand, hier bei der Wand ist auch Feierabend. Ja. Das ist vielleicht doch nicht so gut ausvollzogen worden. Traglich, ne? Hm. Oder wir müssen hier die unterste Ebene hier, wo wir die jetzt haben. gehen wir nach oben und die obere Ebene ist halt so ein bisschen versetzter nach, zum Felsen hin, zu unserem Felsen. Genau. Reiß mal ab, ich versuch das denn zu rappen. Reißen? Das Fenster? Ja oder nicht? Ok, hab ich schon. Hier kann man bauen. Hier kann man bauen. Hier, hier und hier ist auch wieder ein Problem. Oh Gott. Ja, dass wir in die Richtung bauen, jetzt wo mein Speer hinzeigt. Achso, so meinst du das so versetzen? Ja. Ähm. Weil hier haben wir ja immer Möglichkeit auf Fundamente. Ja, guck das jetzt irgendwie anders bauen unten. Das wir unten zur anderen Seite bauen. Vielleicht. Aber die Ecke hier ist ja auch nervig hier. Ja, die müssen wir noch so ein bisschen abschneiden dann hier, ne? Ja. Aber dann kann das ja hier so bleiben, dass man hier hoch geht. Und dann geht man hier in die nächste Ebene rein. So? Ja. Jetzt auch für keine Unterstützung. Ja, aber hier können wir ein Fundament unten bauen. Wenn man das vielleicht irgendwie sogar so bauen kann, dass es andockt. Vielleicht reicht es ja schon so. Guck mal. Testen. Naja, muss andocken irgendwie. Ja, ich würde hier glaube ich so eine Wand nach unten bauen erst einmal. Dass man dann hier unten den perfekten Dockpunkt hat. Weiß ich wie ich mein? Oder ja. Hier die Fundamente weiter ziehen. So eine Wand? Oder was meinst du? Ja, oder hier so eine Fundament-Reihe. Müsste hier dann einfach passen, wenn man das da andockt. So? Ja. Kann man das hier unten vielleicht auch noch ein bisschen erweitern. Hier noch so eine Art Lagerraum oder so. Da kann es nicht mehr andocken. Einmal weiter nach hinten. Also zum Akkord hin. Du brauchst ja auch kein Fundament mehr dran. Da kann ja dann mit Blätteroden wieder gearbeitet werden. Ja. 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 So dachte ich das. Was? Ups. Ich finde die Materialien wurden hapert sich jetzt. an holz natürlich kein holz hier das ist jetzt nicht easy peasy da rüberkomm da oben ist ne menge holz ich hab gesehen man kann auch noch irgendwann so man hat so ein grappling hook wo man wie so eine liane schwingen kann so ist krass dann ist das hier auch kein problem mehr ne das stimmt das glaube ich hier schon so als base lassen die auf der anderen seite das ding da entweder lassen wir das da stehen zum schnell rüber springen ja ja wie du schon sagtest da hinten wird das ganz gut passen so ein turm nach oben ja ja dass die connection zum abgrund zur anderen seite besteht ja genau dass man da so rüber baut da ist schon ein schöner hochgang dahin da muss auch mal viel holz um sowas und harz ja das bleibt gar nicht so schlecht haben wir jetzt hier alles soweit zu dass wir hier schlafen können ja auf jeden fall erstmal holz reicht das zum starten ist noch tag so eigentlich kann ich auch manchmal kann ich nicht die reihe hier das ist das fondament oder nicht wow da müssen ja nicht alle fondament sein oder oder? da müssen ja nicht alle fondament sein weiss ich nicht weiss ja nicht weiss ja nein die fondament ist kommt halt auf die oberen ebnen dann wieder an ne wann da schluss ist genau machen wir jetzt hier eine ecke rein oder? wo? ja hier wo das loch ist ach so ja oh wer die dem Ja das geht ja. Passt ja hier mit den Betten. Schön mugglig, kuschelig. Ja passt klar. Das ist echt nicht weit weg ne. So nah und doch so fern. Noch eine Stunde hier rum oder? Eine Abkürzung. Guck mal. Dann hier hoch. Dann hier auf den Ast. Geht aber auch ganz gut. Geht aber auch ganz gut. Verpiss dich. Wo ist denn der Freund nicht gekieft aus der Nachbarschaft oder? Wenn man ihn braucht. Ja da ist wieder keiner. Achso. Komm mit. Scheiße. 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 Geht mir die Kiefer umschneiden. Geht mir die Kiefer umschneiden. Geht mir die Kiefer umschneiden. Geht mir die Kiefer. Geht mir die Kiefer umschneiden. 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 Nice, ist doch eine Schraube nachgespawnt. Ja, dachte ich mir doch. Dann hier auf den Sack, ey. Da hinten rumrennst. Dann geh ich mir doch auf den Sack, du Scheiß hier, Alter. Erst ist es angriffslustig, dann kriegst du zwei von meinen Speer und dann hattest du keine Lust mehr. Ja, das sind wieder die Richtigen. Ja, und dann wollen wir erst das fertig mit spielen. Was war denn nun? Hm. Ah, jetzt können wir gleich so ein Ding bauen. Diese Schneiddinger da. Dein Schneidkrams. Und so eine Note-Exit immer noch funktioniert hier rum. Hier ist auch nochmal jetzt so eine Naturtür. Das ist ja cool. Ich glaube, hier unten muss noch so ein kleines Blätterbödenchen rein und dann ist gut. Ich glaube, gerade ist leider kein Holz mehr, genau. Geil. Irgendwo Fenster vielleicht noch rein? Ja. Haben wir Probleme mit der Ecke hier? Genau, da müssen wir hier wieder so abschneiden. Aber jetzt sollte das eigentlich hier komplett gehen. Oder so. Reicht dir auch mal das Lagerraum, oder? Ja. Oder Produktion. Wir können ja hier Bergwagen und ganzen Kram rein. Ich komme in die Tür hier ran. Oder, ja. Die Frage, waren wir hier in zwei, zwei stöckige Wände, oder? Nicht. Weiß nicht, brauchen wir so hoch? Eigentlich nicht, ne? Oder? Nee, eigentlich nicht. Oder, ja. Wir machen ein Flachdach. Und dann haben wir nochmal Optionen auf noch eine Etage. Das ist Flachdach oder sind wir das Böden? Nee, das ist ein Flachdach. Okay. Ups, jetzt ist das falsch. Ups. Ups. Das ist nicht flach. Nicht genug Schockdachunterstützung. Geh ab hier, ey. Ja, hier haben wir ein Problem. Das Dach hat ein Problem. Hier? Ja, ich kriege an den drei Dinger kein Dach mehr ran. Okay, warte mal und, ähm... Okay, warte mal und, ähm... Was ist denn da unten die Gegebenheiten? Ja gut, hier ist halt keine Struktur mehr. Keine Foundation. Die Frage, ob man da vielleicht nochmal eine Foundation links hinkriegt, ne? Oder, ja... Meinst du, hinten in die Richtung, ne? Warte schon mal gucken hier. Ja, dass man hier... Ja, dass man hier... Hier noch einen hintersetzt. Warte mal, hab ich nicht... Ressourcen. Zwei Stück kriege ich noch wohin. Einer hat jetzt noch hingesetzt gekriegt, doch? Geh mal gucken, ey. Ja, geht. Ja, nice. Das ist ein Konstrukt, ey. Jetzt fehlt eins noch. Eins fehlt noch. In welche Richtung genau? Ungefähr mittig. Ungefähr mittig. Hauen. Hm? Du sollst das nicht hauen. Da hin. Ja mein... Ausprobieren. Das ist der einzige Punkt, wo ich das gekriegt habe. Ach so. Vielleicht reicht das ja irgendwie. Das wird ja nicht. Hier würde auch noch gehen. Guck mal, ob das geht bei dir. Nee, geht nicht. Ist das eher weiter zur Schlucht hin, oder wo? Äh... Hier noch einsetzen. Warte mal. Zack. Ist das jetzt? Warte, ich guck mal. Ne. Ein Dach, ich kann ringsrum bauen und genau in der Mitte fehlt eins. Das ist doch... Also, jetzt mal ganz ehrlich, ey. Ich hab noch mal eins gebaut. Aber vorne weiter. Ich hab noch nichts. Wo ist denn das genau? Ja, quasi. Warte mal. Wo sind wir denn? Hier, glaub ich. Das hier. Was ist in der Mitte? Genau, das hier. Was sind das? Eins, zwei, drei, vier. Ich verstehe auch nicht, warum das hier oben nicht funktioniert. Eins, zwei, drei, vier. Hier drunter. Vielleicht muss hier einfach, ähm... Warte mal. Warte mal, ey. Vielleicht muss das einfach zerlegt werden. Das muss zerlegt werden. Und dann... Nee. Wo ist das Dach hier oben abgebaut? Wo ist irgendwas abgebaut, dass mein Dach jetzt nicht mehr hält? Ja, ja. Ah, hier müsste eine Foundation-Pin passen. Scheiße. So, hier mach ich jetzt eine Foundation hin. Zack. Jetzt müsste es gehen. Ja, wollte ich dir mal gucken. Das geht, aber das mit der Mitte geht wieder nicht. Ja, warte. Weil ich das in der Mitte leicht schräg stelle, ne? Ja. Dann geht das. Nur, wie ich es gerade machen will nicht. Und jetzt? Nö. Okay, dann muss ich hier nochmal kurz den zerlegen. Jetzt könnte oben vielleicht wieder was kaputt gehen. Mhm. Ja, passt genau für eine Foundation hier nicht rein. Okay. Oder warte mal. Vielleicht kann man ja... Vor allem ein Ding, ne? Eins. Ja. Das ist so lächerlich, ey. Bitte kurz. So, vielleicht. Wollte ich mal gucken? Nee, nee, noch nicht. Ach so. Kannst du alles da hinbauen, ne? So ein Wände, Decken. Alles bis zu einem gewissen Punkt. Ja, jetzt gleich, wenn wir das waren. Das ist mein Haus. Piss dich. Du willst mehr solche Videos sehen? Dann lass ein Abo und ein Like da und unterstütze damit meinen Kanal. Zombie Kong. Gameplays, Tutorials und Streams. Danke. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt oder Apotheker.